Sehr geehrter Herr Professor Utscher, Herr Altiner, Herr Kilitsch, sehr geehrte Festgäste, ich darf Ihnen ein Brief vorlesen des neuen Polizeipräsidenten. Über die DITIB-Gemeinde Osnabrück erhielt die Polizeidirektion vor einigen Tagen die Einladung zur heutigen Feierstunde. Da das Schreiben noch an die ausgeschiedene Polizeipräsidentin Frau Fischer gerichtet war, möchte ich mich bei dieser Gelegenheit zunächst nur schriftlich als neuer Polizeipräsidentin bei Ihnen vorstellen. Leider ist es mir aufgrund der Kurzfristigkeit der Einladung nicht möglich, heute bei Ihnen zu sein. Gern hätte ich die Gelegenheit benutzt, Sie, sehr geehrter Herr Professor Utscher, sowie den Religionsattaché des türkischen Generalkonsulats kennenzulernen, Herrn Kilitsch für den DITIB-Landesverband, Herrn Altiner für die Schungal-Niedersachsen. Seien Sie versichert, dass wir den Faden in weiterer Zukunft wieder aufnehmen werden und die bisherige gute, konstruktive Zusammenarbeit und Gesprächskultur auch unter meiner Leitung fortführen werden. Wir werden Ihnen weiterhin und jederzeit als Partner im Bestreben um ein friedliches Miteinander in unserem gemeinsamen Lebensmittelpunkt Deutschland zur Seite stehen. Für heute wünsche ich Ihnen eine gelungene Veranstaltung und im Kreis der Familie schöne Feiern. Alles Gute für Sie und Ihre Angehörigen zur Geburtswoche Ihres Propheten Mohammeds, ich rede es einmal mit Ihnen, Bernhard Witthaut, Polizeipräsident. Applaus